Dr. Richard Cottrell, Erfinder des abgeschrägten Implantatdesigns erklärt, warum es sinnvoll ist, der Form des Knochens zu folgen. Bei der Insertion eines Implantats mit schräger Schulter bleibt sowohl lingual als auch bukal der Knochen erhalten, was wiederum den mesialen und distalen marginalen Knochen unterstützt. Da somit das Knochenniveau um das Implantat herum erhalten bleibt, sprechen wir von einem 360 Grad Knochenerhalt. Das Knochenniveau